Zwei Rentner unter einem Dach, zweimal Energiepreispauschale? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe es schon in verschiedenen anderen Videos und auch in Textbeiträgen mitgeteilt. Ein Rentner, der zweimal die Energiepreispauschale bekommt, der muss die zweite Zahlung zurücküberweisen. Und wir haben auch schon in Videos erklärt, was passiert, wenn mehrere Rentner in einem Haushalt leben. Und diese Frage, können zwei Rentner, die in einem Haushalt leben, zweimal die Energiepreispauschale abkassieren? Genau diese Frage wird uns auch sehr, sehr häufig auf RentenBescheid24.de gestellt. Wir haben sie im Übrigen auch in unserem FAQ, welches wir veröffentlicht haben, schon beantwortet. Hier also nochmal meine Antwort für Sie, damit auch die Unsicherheit aufhört. Wenn zwei Rentner in einem Haushalt leben, also sozusagen zwei Rentner unter einem Dach, dann haben diese beiden Rentner Anspruch auf jeweils einmal 300 Euro Energiepreispauschale, also de facto 600 Euro, wenn sie im September 2022 Anspruch auf eine Altersrente, Erwerbsminderungsrente oder Witwin- oder Witwerrente haben. Das ist nämlich die entscheidende Voraussetzung. Das heißt also nochmal, zwei Rentner unter einem Dach bekommen pro Kopf jeweils einmal die 300 Euro Energiepreispauschale ausgezahlt. Ob sie da verheiratet sind oder in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft leben oder einfach nur einen Zusammenschluss haben, es können auch zehn Rentner sein, dann bekommen zehn Rentner, wenn sie die entsprechende Voraussetzung erfüllen, am 1.12.2022 jeweils 300 Euro Energiepreispauschale ausgezahlt, wenn zehn Rentner unter einem Dach zusammenleben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.